Servus zusammen und herzlich willkommen bei Monas Bastelein. Ich war heute schon mal ein paar Weihnachtsgeschenke besorgen und war unter anderem bei DM, bei Teddy und bei Action. Und ich habe meinen Adventskalender bekommen, den ich mir noch bestellt habe bei Kreativbund und ich dachte, ich zeige euch das einfach mal. Und ich habe noch den Adventskalender von der lieben Melissa. Das zeige ich euch dann ganz am Schluss. Ich habe diese Klappkarten mit Kuvert bekommen und zwar sind die aus 100% recycelten Material. Das sind zwölf Karten, zwölf Kuverts für 2,95. Und ich dachte, ich schaue einfach mal, ob die vielleicht besser sind, wie die von Action. Schauen auf jeden Fall besser aus. Schauen gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, die sind sogar auch größer als die normalen Karten. Welche Größe haben die denn? Ähm, steht gar nichts. 17. Format zwölf mal 17. Ach, die sind größer als die normalen Karten. Na gut, dann weiß ich das. Die kosten auf jeden Fall 2,95. Dann habe ich noch mitgenommen, ich konnte nicht dran vorbeigehen, an diesem Geschenkband. Das fand ich richtig schön. Das hat gekostet 1,45 und das sind 4 Meter drauf. Genau, das fand ich richtig schön. Dann habe ich noch Geschenkband mitgenommen. Und zwar für 1,95. Das sind 4 mal 5 Meter drauf. In diesem Glitzer. Ich konnte nicht vergören. Man kann das ja auch nicht nur als Geschenkband hernehmen, sondern auch auf Karten. Und das wollte ich mal ausprobieren, ob das funktioniert. Dann habe ich, ja, ich weiß, ich habe genug Washi-Tape. Aber dieses Washi-Tape kostet erstens 3,45. Also teurer ist das von Action. Und es ist kein gewöhnliches Washi-Tape. Also das ist nicht nur glatt, sondern... Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt aufkriege. Ich kriege es gar nicht richtig auf. Seht ihr das? Das hat... Ne, seht ihr nicht. Mal schauen, ob ich es jetzt hier so ein bisschen hart machen kann. Hier sollte es abgehen. Und das fand ich richtig toll. Und das musste ich einfach mitnehmen. Das ist halt mal was Außergewöhnliches. Und aus dem Grund durfte das mit. Einmal hier in dem rosa Herzchen. Dann habe ich hier noch so ein... Ja, so ein Muster. In Beige. Dann habe ich hier so ein blaues. Das sind, ich glaube, Palmen. Oder Blumen. Nein, das sind nur die Stängel. Das sind nur die Stängel von den Blumen. Und hier sind... Wo ist der Anfang? Da ist der Anfang. Na, das will nicht. Nein, vielleicht weiß nicht. Ich könnte es sehen. Das sind Herzen auf jeden Fall. Äh, Sterne. Nicht Herzen, Sterne. Genau. Deswegen durften die mit. Und da sind drinnen vier Stück mit jeweils fünf Meter. Und das wollte ich irgendwie auch mal auf Karten aufbringen. Dann habe ich noch so kleine Stempel gesehen. Das ist so ein Stempelset aus Holz. Da sind sieben Stempel drinnen und ein Stempelkissen. Und das fand ich recht interessant. Deswegen durfte das auch mit für 3,95. Und nachdem heute Nikolaus ist, habe ich mich mal selber geschenkt. Ah ja. Das sind die Stempel drinnen. Das finde ich immer gut. Handmade. Fand ich cool mit einem kleinen Stempelkissen. Ja. Genau. Wie gesagt, 3,45. Nee, 95. Dann hatten sie ganz neu einen Kleberoller. Mal schauen, ob ich das irgendwo aufkriege. Ohne die Schachtel direkt zu ramponieren. Nee, da muss man die ganze Schachtel aufmachen. Und zwar ist der ein Kleberoller. Ja, hat Action auch. Aber der ist mit Nachfüllern. Und das wollte ich mal testen. So für Kleinigkeiten zum Kleben. Weil vielleicht hält das besser. Oder hat mehr Lauflänge. Weil das von Action, das reißt ja manchmal zwischendrin ab. Das finde ich jetzt nicht so toll. Das hier hat gekostet 2,25 Euro. Der Kleberoller. Und die Nachfüller, glaube ich, 2,95 Euro. Genau. Da habe ich zwei Stück mitgenommen. Das sind jeweils zwei Stück drinnen. Also habe ich vier Stück. Dann habe ich mir noch Duftöl mitgenommen. Ich wollte jetzt mir hier eine Duftlampe reinstellen. Abends, wenn ich hier drinnen bin. Mir ein bisschen muckelig machen. Und zwar einmal mit Orange und einmal Granatapfel. Und da hat das Öl gekostet. Mit 10ml, 1,95 Euro. Und durfte auch mit. So, dann war ich wie gesagt bei Teddy. Da habe ich mir noch mal so eine Schachtel mitgenommen. Die letzte, was ich mir mitgenommen hatte, war ja kaputt. Und die ist wieder kaputt. Das ist bestimmt die, die ich letztens zurückgegeben habe. Weil die genau an der gleichen Stelle kaputt ist. Na gut. Ich muss nächste Woche eh nochmal. Dann tausche ich die um. Das ist, wenn man schnell reingeht und schnell wieder raus will. Dann habe ich mir dieses Lineal noch mitgenommen. Ich habe ja schon zwei. Eins sind so ein kurzen und eins so ein viereckiges. Und jetzt durfte das nochmal mit. Das ist 45 mal 10 cm. Weil ich dachte, für größere Projekte ist es ganz gut, wenn man auch so ein langes hat. Und das hat 3 Euro gekostet. Das habe ich letztes Mal schon mitgenommen. Ich habe es euch nur vergessen zu zeigen. Dann bei Action. Ja, Schmetterlinge, was soll ich sagen. Ich konnte natürlich da auch wieder nicht dran vorbeigehen. Durften auch mit. Für 69 Cent. War leider nur einmal da. Deswegen habe ich es nur einmal mitgenommen. Dann habe ich hier in der Handwerkerabteilung so Boxen gesehen. Die fand ich recht interessant. Das sind zwei so kleine drinnen und eine große. Zwei Stück mit jeweils 12 x 9 cm und 1 x 19 x 16 cm. Und die haben jeweils so kleine Fächer. Kosten 2,79. Und ja, wie gesagt, mal schauen, was ich da rein tue. Aber es ist immer gut, so kleine Aufbewahrungsbehälter zu haben und dürften halt mit. Dann habe ich auch noch, weil da waren jetzt fast keine mehr drinnen, nur noch knapp 3 oder 4 Stück durften die noch mal mit. Die 12 Döschen in der in der Box drinnen für 2,28 Euro. Dann habe ich diese Buntstifte jetzt doch mitgenommen. Denen kann man auf weißen oder auf schwarzen kolorieren. und nachdem ich ja nächstes Mal für ein paar Wochen wegfahre, wie ich schon ein paar Mal erwähnt hatte, werden solche Sachen alle mitgehen und dann habe ich was zu tun für 3,99 und das sind drinnen 36 Farben und Neonfarben. Genau. Sind von ABEC. Genau. Dann habe ich diese Stanzen noch mal mitgenommen. Das waren ja die zwei, die was mir letztes Mal ja was nicht funktioniert haben beim Ausstanzen. Ich hoffe, dass die jetzt funktionieren, ansonsten bringe ich sie wieder mit, wieder zurück. Und zwar ist es einmal die mit dem Meer und die mit dem Muster. Die fand ich richtig schön und ich hoffe, dass sie jetzt funktionieren. Und eine kostet 3,25 Euro. Ich habe jetzt keinen Preis drauf geschrieben, weil ich ja nicht weiß, ob ich sie wieder zurückbringen muss. Dann habe ich von den Teelichtgläsern, die habe ich glaube ich bei der lieben Constanze gesehen. Grüße gehen raus an dich. Und zwar habe ich mir auch überlegt, ob man die vielleicht mit so kleinen Mustern beplotten könnte, mit Vinylfolie und dann für Weihnachten zu verschenken. Habe ich mitgenommen. Fünfmal. Dann sieht man jetzt gar nicht richtig die Farbe. Von den Kisten habe ich mir drei Stück mitgenommen. Da habe ich schon eine und die sind so für Kleinkram zum Aufbewahren finde ich die super. Ich weiß gar nicht, welche Größe. Ich muss gerade mal die nehmen, die kann ich umdrehen. Ne, steht nichts drauf. Steht nichts drauf, aber ich habe, hier kann ich mal schnell messen, die haben 35 mal, so, jetzt geht's mal 25, genau. Und eine kostet 2,99. Dann habe ich, nochmal, äh, nicht nochmal, sondern ich habe die sechste Farbe bekommen. Ich hatte ja letztens nur 5 und da ist jetzt das Rot mit drinnen. Genau. Für 99 Cent. Dann, wie ihr sehen könnt, habe ich die Stempel auch alle endlich bekommen. Da warte ich auch schon länger drauf. Die werde ich auch alle abstempeln und, ähm, dann kolorieren. Genau, da sind die acht Stück drinnen. Also der muss auf jeden Fall mit. Will. Traumfänger mag ich auch total gerne. Dann haben wir hier den Panda-Beeren. Schmetterlinge, ja. Gehen bei mir auch immer. Dann haben wir den Kolibri. Die Blume. Den Feierbär. Geburtstagsbär oder wie auch immer. Dann haben wir hier den, ist das ein Dachs? Ich glaube ja. Und den Blumentopf. Genau, das war jetzt mein Einkauf bei Äckchen. Dann, habe ich ja bei Kreativ Bunt bestellt. Ich muss gerade versuchen, was ich abdecken kann. Genau. Bei Kreativ Bunt habe ich bestellt und zwar den Adventskalender von Marianne Design. Das war der letzte, den ich gekriegt habe. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht kaufen, aber dann habe ich gesehen, oh, es ist der letzte. Dann wollte ich ihn nicht alleine lassen. Dann haben wir gedacht, okay, ich gebe ihn mal zu Hause. darf er mit. Und schön, dass es alles heute kam am Nikolustag, dann kann ich heute gleich sechs Türchen aufmachen. Na, jetzt will ich auch genau auf. Hätte ich mal was vorbereiten können. und ich habe zu dem Adventskalender noch die Luna-Paste mit bestellt. Ich habe sie jetzt mal in Silber mitgenommen und wollte die mal testen. Ich habe einen Brief mit drin. Ach, ist das nett. Ach, ist das nett. Schaut mal. Merry Christmas. Ach, das ist ja süß. Kreativ-Bund wird ja von einer, von einer, wie heißt sie, Vera, weiß ich nicht, wie sie jetzt mit Nachnamen heißt, gleitet. Und die hat echt eine Weihnachtskarte gleich mit reingetan. Das finde ich ja voll süß. Und also liebe Vera, vielen Dank dafür. Also meine erste Weihnachtskarte, die ich aufgemacht habe. Eigentlich warte ich ja immer bis zum Heiligabend. Das muss man so aufreißen, glaube ich. Ich habe nur einen Adventskalender. Das ist der von der lieben Melissa. Den zeige ich euch auch gleich nochmal in zwei Türchen. Aha. Vor allem sechs Türchen. Also wir schauen mal, was im ersten Türchen ist. Ganz zerstören. Ah, cool. Eine Tapestanzel. Ja. In einem schönen Blau. Dann haben wir die zwei. Die ist hier. Blendet alles ein bisschen. Ich weiß gar nicht mal, was die Paste gekostet hat. Da kann ich euch gar keinen Preis sagen. Ach, die sind ja alle blau. Wie cool. Ein Weihnachtsbaum. In klein. So einen ähnlichen gab es mal bei Action. Ich glaube in so groß oder so. Ja, cool. Ein Weihnachtsbäumchen. Dann haben wir die drei. Die wo auf? Da unten. Oh. Ein Bakerstriam. In rot-weiß. Auch cool. Kann man immer gebrauchen. Dann haben wir die Nummer vier. Ach, sorry. Wegen meinem Finger. Ich habe mir gestern wieder so ein bisschen. Ja. Ach, niedlich. Ein kleiner Stempel. Merry Christmas. Schön, wenn man sich den später bestellt. Dann kann man mehr Türchen aufmachen. Dann haben wir die Nummer fünf. Ein Riesentürchen. Ach, wie niedlich. Das ist ja süß. Da könnte man noch so eine rote Nase draufkleben. Richtig nett. Und dann haben wir die Nummer sechs. Für heute für Nikolaus. Cool. Ein Weihnachtsbaum. Ja, kann man aber leider nicht. Ist kein Stempel und Stanze. Genau. Das war heute alles drinnen. Eigentlich weniger. Aber ich, wie gesagt. Genau. Und dann habe ich noch von der lieben Melissa. Wie gesagt, die mache ich heute auf. Ich habe es gestern ganz vergessen, in dem Video am Schluss noch zu zeigen. Aber ich war so fasziniert von den Glitzerstiften. Und dann habe ich noch eine Rote Nase draufkleben. Da haben wir... Oh, die ist schön. Die ist richtig schön. Bisschen chinesisch. 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 Ja, genau. Angehaucht. Und dann haben wir hier heute für Nikolaus. Ich werde auf jeden Fall am 24., wenn ich es schaffe, ein Foto machen. Und dann nochmal, oder ein Video, wo ich euch ja nochmal alle zeige. Oh, niedlich. Nikolausstrumpf. Ich glaube, das ist aus der Tina, ihrem Shop. Genau. Das waren auf jeden Fall meine zwei ATCs. Und das war es eigentlich schon. Genau. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen schönen Tag. Bleibt mir alle gesund. Bis zum nächsten Video. Servus.